Hallo Freunde, Willkommen bei Team Kong. In dieser Reihe zeigen wir euch die einzelnen Level von Super Mario Bros. Wonder. Heute haben wir für euch einen Abzeichentest, nämlich den Delfin Kick 1, bei dem ihr ziemlich auf Zack und schnell sein müsst. Schaut euch das Video in Ruhe an, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß und Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Du schwimmst toll! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.